. und der Strafschlag jetzt noch weiter unterteilt halt durch die Schikade über 23 Fahrzeuglängen, Luft zwischen den einzelnen Fahrzeugen das bedeutet die Stärkung von 554 Sebastian Borkel von den Blacksharks ganz locker ... 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 Auf der 2. Position. Und für das 3.4. Und kaputt. Und der 4.0. Und der 4.0. Der macht das Rennen. Gewinnt hier Souverän. Die Teufel. Auf der 2.0. Mit Sender und Steuer. Und die Honey Potatoes auf 3. Und dahinter dann Strongholdock. Auf der 4. Abgewunkelt. Zweiter Lauf. Robert Schmidt. Die Teufel mit der 3.26. Matthias...